Ich habe heute ein Thema mitgebracht aus unserer aktuellen Sommerpredigtreihe aus dem Hohelied. Ihr habt schon gehört, der Titel heisst Einzigartige Nähe. Und gestern habe ich noch schnell gestöbert in eurer Homepage, da habe ich gesehen, letzten Sonntag habt ihr den Start gehabt in der Predigtreihe zu den Sendschreiben und das Thema hieß, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, zurück zur ersten Liebe. Und ich befürchte, dass diese beiden Themen wunderbar zusammenpassen. Obwohl ich, das war ja nicht abgesprochen, einander ergänzen. Heute jetzt aus dem Hohelied und weil das Hohelied doch ein außergewöhnliches Buch ist, in jeder Hinsicht in der Bibel, habe ich gedacht, vielleicht könnte es hilfreich sein, dass ich zuerst so zwei, drei Sätze, kurze Vorbemerkungen mache, ganz allgemein zu diesem Hohelied. Als Verfasser dieses Hoheliedes gilt ja Salamo, der König Salamo. Und der König Salamo hat ja unter ihm, hat Israel die grösste Blütezeit erlebt. Auch die grösste gebietsmässige Ausdehnung. Und dieser König Salamo, ich weiss nicht, wie der das gemacht hat. Der war ja ein beschäftigter Regierungschef und König. Und trotzdem lesen wir, dass er oft stundenlang saß in seinen königlichen Gärten. Man muss sich die so vorstellen, das war hochentwickelte Gärten. Wahrscheinlich in den kühleren Thälen um Jerusalem herum. Der Staat tagelang, stundenlang, ich weiss nicht, wie der das zusammengebracht hat mit seiner Regierungstätigkeit. Mit seinen internationalen Beziehungen, die er pflegte, schon damals. Auf jeden Fall wissen wir, er hat in diesem Gärten 3000 Sprüche gedichtet und 1000 Lieder. Und das Hohelied gilt als das grösste und das schönste aller seiner Gedichter und Lieder. Und in diesem Hohelied beschreibt Salamo einen König. Wahrscheinlich meint er sich selber, der um ein einfaches Hirtenmädchen wirbt. Nämlich die Sulamith. Und die Sulamith ist noch ganz scheu. Ganz verlegen geht sie dann auf diese Beziehung ein. Und entdeckt immer mehr den Charakter dieses Königs. Und eine berechtigte Frage ist immer wieder, wie sollen wir dann mit diesem Hohelied umgehen? Es gibt nicht wenige Leute, auch Christen, die haben Mühe mit diesem Buch. Und es gibt auch Gründe, dass man Mühe hat mit diesem Buch. Meine Frau und ich, wir sind jetzt 30 Jahre verheiratet und wir haben das gefeiert dieses Jahr in Kos. War ein bisschen kompliziert mit Corona. Da haben wir gesagt, nach 30 Jahren gönnen wir das uns. Und jetzt sage ich etwas Komisches. Bei mir ist es so, wenn ich Ferien habe, dann, das ist meine Zeit, wo ich am meisten inspiriert werde. Fast alle Predigtreihen entstehen in den Ferien. Ist ein bisschen komisch, aber bei mir ist das einfach so. Ich bin dann entspannt, kein Druck und dann kommen mir viele Gedanken für die Gemeinde. Für mich ist das kein Stress, trotzdem Ferien. Ich weiß, vielleicht denkt ihr, das ist ein komischer Kauz. Dann denkt ihr richtig, er ist wirklich komisch. Und während dieser Zeit sage ich mal zu meiner Frau, ich möchte gerne einmal eine Predigtreihe diesen Sommer machen über das Hohelied. Und dann guckte ich mich mit ganz großen Augen an und sagte, wirklich? Und ich war ein bisschen erstaunt, ja, ist das wegen mir als Mann? Du hast da nichts zu sagen zum Hohelied. Ich war dann ganz ein bisschen erstaunt, darum, will ich das wirklich machen? Und dann sagte sie mir als Antwort, ich habe Mühe mit diesem Hohelied. Warum? Diese Sulamit, die war ja eine von 700 Hauptfrauen. Mit Frauen, Salamos, sagt uns die Bibel. Und dann hatte er zusätzlich noch 300 Nebenfrauen. Und sie hat mir gesagt, meine Frau, diese Sulamit, das war ja eine furchtbar arme Frau. Eine von 700 zu sein, die war ja meistens irgendwo in einem Frauenharem. Furchtbar. Tatsächlich, wenn man das sich so überlegt, wenn es die Sulamit wirklich gab, wenn sie nicht eine poetische Figur war, was ich persönlich an er denke, aber wenn sie sie gab, das war wirklich nicht lustig. Und zudem, der Salamon pflegte ja Umgang eben mit vielen Frauen und das ist ihm ja im Alter zum Verhängnis geworden. Das ist auch eine Botschaft, vor allem auch für mich, ich gehöre jetzt auch zu dieser Alterskategorie langsam. Wo man sagt, Alter schützt vor Torheit nicht. Und ich sage euch, die Seelsorge bestätigt das auch. Alter schützt vor Torheit nicht. Aber jetzt, wie gehen wir mit diesem Hohelied um? Erstens, wir glauben, dass dieses Hohelied zunächst wirklich einmal ein menschliches Liebeslied ist. Dass die von Gott geschenkte Liebe zwischen Mann und Frau beschreibt. Das glauben wir. Es ist ein Liebeslied. Wir nehmen es so, wie es da steht. Und zweitens glauben wir, dass dieses menschliche Liebeslied eben auch Gottes Wort ist. Seid ihr einverstanden? Es steht im Kanon des Alten Testamentes und das ist unbestritten. Und weil dieses Liebeslied gleichzeitig auch Gottes Wort ist, deshalb glauben wir auch, dass Impulse drin sind, auch für unsere Liebesbeziehungen, auch für unsere Ehen. Vor allem auch, wenn wir schon länger verheiratet sind, wie einige von uns. Impulse drin, dass unsere Ehe nicht plötzlich einschläft, dass es nicht langweilig wird in der Ehe. Dass wir nicht mit der Zeit, ohne dass wir es merken, und das kommt leider nicht selten vor, auseinander leben. Deshalb gibt es viele Impulse in diesem Hohelied, auch für unsere Ehe. Und noch etwas glauben wir, dass vom Neuen Testament das Hohelied noch einen viel tieferen Sinn bekommt. Gerhard Mayer hat das mal so schön formuliert. Er hat gesagt, das Hohelied hat dem Neuen Testament bereits vorgearbeitet. Warum? Der tiefere Sinn liegt darin, dass im Hohelied die Liebe zwischen Jesus und seiner Gemeinde beschrieben wird. Wir hatten kürzlich wieder einmal einen Treff in Schaffhausen mit den Pastoren aus verschiedenen Gemeinden. Erstes Mal nach Corona. Und da hörte man nicht nur Ermutigens, wie Corona auch die Gemeinde zum Teil dezimiert hat. Zum Teil die Leute nicht mehr in die Gottesdienste kommen oder weniger kommen. Es war auch nicht so eine gute Stimmung. Und dann hat einer der Pastoren plötzlich gesagt, aber die Freude, die Jesus an seiner Gemeinde hat, die lassen wir uns nicht nehmen. Denn Jesus sagt noch heute zu seiner Gemeinde, das ist meine Braut. Darf ich noch etwas einfügen? Jesus sagt das nicht zum einzelnen Gläubigen, sondern nur zum Kollektiv, nur zur Gemeinde. Das ist meine Braut. Natürlich, wir dürfen Kinder Gottes sein, haben viele Ehretitel als einzelne Christen. Aber nur das Kollektiv, nur die Gemeinde nennt er und sagt, das ist meine Braut. Und in den Petrusbriefen lesen wir sogar, dass diese Liebe zwischen Jesus und seiner Gemeinde ein großes Geheimnis ist, dass sogar die Engel gelüstet da hineinzuschauen. Das ist der tiefere Sinn. Noch etwas ist Besonderes an diesem Hohelied. Im Hohelied finden wir eine Fülle von Bildern, von Formulierungen aus der Tierwelt, aus der Pflanzenwelt, aus dem Bereich der Architektur, aus der Kunst und so weiter. Das heisst, das Hohelied will nicht nur unseren Verstand ansprechen, nicht nur unseren Intellekt, sondern das Hohelied will vor allem unser Herz ansprechen. Seid ihr jetzt bereit für die Textlesung? Vielleicht nicht alle, ich habe in meiner Gemeinde auch Leute, die haben gesagt, wenn du über das Hohelied predigst, dann kommen wir nicht. Seid ihr bereit? Ihr dürft auch wieder gehen. Ich bin aber froh, wenn nicht alle gehen. Ich habe dir so ein bisschen den Zugang gefunden, bevor wir jetzt diesen kurzen Text von heute Morgen lesen. Hohelied 1, ab Vers 12. Wo die Sulamit jetzt sagt, Wenn mein König mit mir speist, oder ich in der Tafelrunde mit ihm sitze, kann man auch übersetzen, riecht er den Duft meines Nardenöls. Mein geliebter ruht an meiner Brust, wie ein Säcklein gefüllt mit Mürre. Er duftet wie die Blüten des Henna-Strauchs, der in den Weinbergen von Engedi wächst. Wie schön du bist, meine Freundin, sagt jetzt er, der König. Wunderschön bist du. Deine Augen glänzen wie das Gefieder der Tauben. Und jetzt antwortet sie wieder, es ist immer so eine Wechselrede. Schön bist auch du, mein Liebster, wie stattlich anzusehen. Das Gras ist unser Lager. Zedern sind die Balken unseres Hauses. Und Zypressen sind unser Dach. In diesen Versen wird es unglaublich intensiv beschrieben, wie nah der König seiner Geliebten ist. Und natürlich auch umgekehrt. Wie ist es euch ergangen beim Zuhören oder Mitlesen? Fast ein bisschen peinlich, diese Sprache, oder? Mir geht es manchmal auch so, fast ein bisschen übertrieben. Man denkt vielleicht, ja, es ist doch ein bisschen zu blumig. Also so rede ich eigentlich selten oder nie mit meiner Frau, ganz ehrlich gesagt. Aber wenn wir uns da in etwas hinein vertiefen, dann merken wir, gerade in diesen Formulierungen liegt etwas Faszinierendes. Es ist nämlich eine Sprache der Beziehung. Es ist eine Sprache der Vertrautheit. Wir Menschen kommunizieren ja normalerweise auf zwei Arten. Einerseits kommunizieren wir mit einer, können wir sagen, Informationssprache. Deshalb schicken wir auch unsere Kinder in die Schule, dass sie informiert werden über Mathematik, über Geografie, über Naturkunde. Und andererseits kommunizieren wir immer wieder, wir könnten sagen, mit einer Motivationssprache. Und die Motivationssprache ist ja schon etwas Spannendes. Das entdecken bereits die Säuglinge schon ganz früh. Ich muss nur genug lange schreien oder vor allem genug laut schreien. Und das merken Sie schon, die Kleinsten, das beeinflusst den Service. Von Mami, von Papi, die springen. Und das Tante auch. Und der Götti auch. Und Omi und Opi auch. Unser Ältester, der hatte das drauf. Nachts, wenn wir schliefen, schrie der plötzlich. Und beim ersten Kind sowieso, remt man sofort zum Bett. Und wisst ihr, was der gemacht hat? Übers ganze Gesicht gelacht. Mehrere Tagen und Wochen. Und dann habe ich mal zu meiner Frau gesagt, du, dem ist es nur langweilig. Da habe ich gesagt, das stellen wir ab. Wir hatten einen riesen Ehekrach damals, weiss ich noch gut. Motivationssprache. Da stehen schon die Kleinsten, das kennen wir alle. Wir werden alle durch Worte von anderen bewegt. Oder auch im Gottesdienst. Ich hoffe, dass hier Motivationssprache stattfindet. Gott will uns eine gewisse Sicht geben. Gott will uns auch zu gewissen Dingen, dass wir sie tun, bewegen. Und wir umgekehrt, wir bewegen auch immer wieder oder motivieren auch immer wieder Menschen mit unseren Worten. Und dann gibt es eben noch eine dritte Sprache. Das ist eben diese sogenannte Beziehungs- oder diese Vertrautheitssprache. Und habt ihr schon gemerkt, mit dieser reden wir automatisch mit einem Säugling. Wie reden wir zu einem Säugling? Wir geben ihm zum Beispiel einen sanften Kuss auf die Wange. Das ist reden. Und so beginnt auch das hohe Lied. Er küsse mich mit dem Kuss seines Mundes. Das ist Beziehungssprache. Wie reden wir auch noch mit einem Säugling? Wir streichen ganz fein seine Wangen. Oder wir sagen, du, 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 du. Und was passiert ist, entsteht eine Vertrauensbasis. Das machen wir natürlich nicht so, wenn wir im Mikro einkaufen bei der Kassiererin, sagen wir nicht du, 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 du. Aber das ist Beziehungssprache. Hier entsteht Vertrauen. Und das gleiche entdecken wir auch, wenn die Liebe aufkeimt zwischen Mann und Frau. So, da kreieren wir manchmal ganz neue Wörter. Wisst ihr sie noch? Mausi und ja, ich beginne gar nicht, was da alles gesagt wird. Wenigstens am Anfang noch. Aber darf ich euch ein bisschen herausfordern. Gerade wir, die wir schon länger verheiratet sind. Über was reden wir zusammen nach 20 oder 30 oder noch mehr Jahren Ehe? Über was reden wir zusammen? Wir reden vor allem über das Alltägliche, was uns beschäftigt. Wir reden zum Beispiel über unsere Kinder, ob sie gross oder klein sind. Wir reden über das Geschäft. Wir reden über den Garten. Wir reden über das Kaninchen, das gerade letzte Woche noch das Beinchen gebrochen hat. Das sind oft unsere Gespräche. Und dann gehen wir vielleicht mal für ein Wochenende ganz alleine zu zweit irgendwo hin. Und was passiert? Machen wir uns überlegen, was sollen wir miteinander reden? Ist mir aufgefallen, in Kos waren ja viele Ehepaare, auch ältere Leute da. Hotel hatte fast keine Leute, als wir da in den Ferien waren. An einigen Tischen zu zweit war es sehr, sehr still. Oder wenn die Kinder ausfliegen, kann man immer wieder beobachten, plötzlich, was reden wir jetzt noch? Und genau das ist die Chance, wieder diese Beziehungssprache aufzufrischen. Dem Anderen seine Hand zu nehmen und zu fragen, wie geht es dir wirklich? Zu spüren, was der Andere empfindet. Und diese Beziehung oder eben auch Vertrautheitssprache ist so etwas Wertvolles. Sie hilft uns auch in unserem Verhältnis, in unserer Beziehung zu unserem Erlöser. Eben, wie letzten Sonntag das Thema war, zurück zur ersten Liebe. Sie hilft uns beim Beten, diese Vertrautheitssprache. Denn wenn wir beten, geht es ja nicht in erster Linie darum, dass wir Gott informieren. Dass wir Gott sagen, ja Gott, schau es, es ist so und so und so. Natürlich dürfen wir das auch so machen. Aber der lebendige Gott weiß ja viel mehr, wie die Fakten sind, die wir ihm erzählen. Deshalb ist Beten nicht in erster Linie Gott informieren. Beten ist auch nicht in erster Linie Gott motivieren. Nachmal machen wir das ja gerne. Ihm sagen, was er zu tun hat. Dürfen wir auch und vor allem auch Fürbitte tun. Das ist wirklich auch wertvoll, versteht mich richtig. Aber das ist nicht eigentlich der Kern von Beten. Warum? Weil Gott weiß, ist ja ethisch uns hoch überlegen. Er weiß am besten, was zu tun ist. Und deshalb sagt Jesus an einer Stelle, euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Und trotzdem ist es richtig, wenn wir Fürbitte tun. Versteht mich richtig. Aber es ist nicht der Kern eigentlich vom Beten. Sondern der Kern vom Beten besteht immer wieder darin. Was bleibt noch übrig? Eben diese Sprache der Beziehung. Diese Sprache der Vertrautheit. Und genau um diese Sprache der Vertrautheit geht es auch hier im Hohe Lied. Wenn hier die Sulamit sagt, im Vers 12, die sagt, wenn mein König mit mir speist, riecht er den Duft meines Nardenöls. Das ist Vertrautheit. Vielleicht erinnert sich hier Sulamit ans erste Treffen mit dem König. Wie sie zum ersten Mal so einfaches Hirtenmädchen, stelle ich dir vor, in diesem prunkvollen Essspeisesaal kam vom König Salamon. Behangen mit Kunstteppichen, wunderbare Leuchter. Wie hat die wohl geschaut, dass sie zum ersten Mal da hinein durfte? Wahrscheinlich sind ihr die Augen fast aus dem Kopf gefallen. Und dann kamen die köstlichen Speisen. Hat sie noch nie gesehen, Kaviar und ich weiss doch nicht, was alles. Was wir wissen, dass Salamon ein Liebhaber war für köstliche Speisen. In ganz besonderer Weise. Er kultivierte den Genuss von Tafelrunden. Und jetzt wird er aufgetragen, Speisen, die dieses einfache Hirtenmädchen, das vielleicht nur in einer Hütte aufgewachsen ist, noch nie gesehen hat. Aber achtet euch, sie spricht nicht vom schönen Speisesaal. Sie spricht nicht von den feinen, leckeren Speisen. Sondern was sagt sie? Es gibt eben, dass das noch darüber steht, wo noch wichtiger ist. Sie sagt, ich lese es noch einmal. Wenn der König mit mir speist, dann ist es immer fein zum Essen. Nein, sagt sie nicht, obwohl das auch stimmt. Sondern wenn der König mit mir speist, dann riecht er den Duft meines Nardenöls. Was sagt sie damit? Wenn der König mit mir ist, dann nimmt er mich ganz wahr. Dann schenkt er mir seine volle Aufmerksamkeit. Das ist das Allerwichtigste für sie, nebst den Speisen. Dann spürt er mich, oder eben, dann riecht er mich. Doch unglaublich intensiv, wie hier beschrieben wird, wie nah der König seiner Geliebten ist. Und um das geht es auch im Neuen Testament oder noch viel mehr im Neuen Testament. Es geht um eine Nähe, um eine Vertrautheit, die Jesus so wichtig ist. Ich habe es schon angedeutet. Es ist die Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde. Und wenn wir diese, oder wenn wir zu Jesus gehören, dann dürfen wir diese einzigartige Nähe, die uns hier schon beschrieben ist, immer wieder auch geniessen. Vor allem auch im Gebet. Und auch in der Sprache der Vertrautheit. Indem wir ihm offen immer wieder und ganz ehrlich alles sagen, was uns bewegt. Alles, was uns freut. Zum Beispiel. Heute Morgen bin ich da hergefahren mit dem Zug. Wunderbares Panorama. Ja, da jauchte es innerlich. Da darf man ihm sagen. Jesus, herrlich. Fühl mich so frei. Letztendlich waren wir mit meiner Frau. Wir hatten auch ein paar schwierige Gespräche vorher in der Gemeinde auch. Und dann gingen wir mit dem Velo auf eine Radtour am Sonntagnachmittag. Und da hat es mich so richtig übernommen. Und ich habe da laut gesungen. Zum Glück war niemand da. Das hat wahrscheinlich fürchterlich geklungen. Aber ich denke, Jesus hat das gerochen. Oder wir dürfen auch sagen, Jesus, was uns Mühe macht. Ein Seelsorger hat mir einmal gesagt, was dir Mühe macht, sagt das am besten. Jesus, der verträgt viel mehr als die Menschen. Eine tiefe Wahrheit. Wenn wir es den Menschen jeweils sagen, das kommt nicht immer gut. Ich habe da viel lernen müssen als junger Pastor. Das kann manchmal gefährlich sein. Aber Jesus, was uns Mühe macht, das dürfen wir mal richtig aussprechen. Kürzlich hat mir ein Pastor gesagt, ich war so wütend wegen einer Sache, die ich erlebt habe. Ich habe eine Stunde lang im Wald rumgeschrien. Ich finde das gut. Er hat mir gesagt, es hat geholfen. Jesus hat das gehört. Das ist auch eine Sprache der Vertrautheit. Das finden wir auch in den Psalmen. Eine Sprache der Nähe. Wir dürfen auch unsere Innerstgefühle ihm preisgeben. Und Jesus erriecht das. Und ich glaube, diese innere Nähe zu pflegen und auch immer wieder zu geniessen, das ist etwas vom Erfüllendsten, was ein Mensch überhaupt erleben kann. Dazu sind wir eigentlich auch geschaffen von Gott. Und das wird auch im Vers 16 noch beschrieben jetzt, wo die Sula mit sagt, das Gras ist unser Lager. Da geht es auch wieder um Nähe. Zedern sind die Balken unseres Hauses. Sie sagt damit, die freie Natur ist der Ort, wo wir diese Nähe pflegen. Ich kenne einige Christen, die sagen mir, ich kann die Nähe zu Jesus am besten pflegen, wenn ich in der Natur bin, wenn ich Spaziergänge mache. Ich finde das schön. Bei mir klappt das nicht so gut. Ich habe das anders. Ich bin gerne und das ist immer wieder auch zu empfehlen, auch am Morgen, vor allem so in einer stillen Ecke, wo ich mich wohlfühle. Ich kenne Leute, die trinken dann noch Kaffee und zünden Kerzen an und machen es sich gemütlich. Ich finde das schön, um diese Nähe mit Jesus zu pflegen. Oder andere fahren im Auto beruflich lange Strecken. Das haben mir einige schon erzählt. Dann pflege ich diese Nähe mit Jesus. Und ich glaube, das Wertvollste, was wir Jesus geben können, das ist immer auch unsere Zeit. Zurück zur ersten Liebe. Aber jetzt wird uns hier im Hoheli diese Nähe noch näher beschrieben. Soll ich weiterfahren? Könnt ihr das aushalten? Nicht alle Menschen halten Nähe aus. Jetzt wird uns diese Nähe noch näher beschrieben. Vers 13. Wo die Sulamit sagt, mein Geliebter ruht an meiner Brust wie ein Säcklein gefüllt mit Mürre. Was heisst das? Mürre ist ein wohlriechendes Harz, das bereits schon im Altertum importiert wurde nach Israel und hochgeschätzt war. Zum Beispiel wurde Mürre eingesetzt, schon in der Stiftshütte und später auch im Tempel als Salböl. Oder eben die Frauen damals, wie es hier steht, vor allem die reicheren Frauen, die konnten sich das leisten. Die trugen um ihren Hals herum, oft zu einem Lederbeutelchen, gefüllt mit Mürre. Oder, die Bibelkundigen wissen das, im Neuen Testament sind die Weisen gekommen und haben den neugeborenen Messias unter anderem Mürre gebracht. Und als Jesus am Kreuz später gestorben ist, haben die Nachfolger von Jesus den Toten Leichnam unter anderem mit Mürre einbalsamiert. Warum? Weil sie ihm so seine Nähe zeigen wollten. Und schon hier sagt die Sulamit, mein Geliebter ruht an meiner Brust wie ein Säcklein gefüllt mit Mürre. Mit dem sagt sie wahrscheinlich, niemand ist mir so nahe wie der König. Und da finden wir dazu eine wunderbare Parallele im Neuen Testament. Ich habe mir sagen lassen, ich habe es nicht selber gezählt, im Neuen Testament finden wir über 200 Mal eine Wortkombination aus zwei Wörtern. Wir haben sie schon in der Einleitung gehört. Über 200 Mal. Auf Griechisch heisst es, en Christo. Haben wir ja alle verstanden, was das heisst. En Christo, das heisst in Christus. Wer also Jesus aufgenommen hat, bei dem ist Jesus nicht irgendwo im weiten Weltall. Natürlich das auch. Ich habe drei Kinder, die sind im Bereich der Pädagogik tätig. Und einer hat kürzlich erzählt, am Familientisch in seinem Ort, wo er Schule gibt, haben seine Lehrerkollegen zum Teil diese Freikirchenkinder ein bisschen auf dem Kicker. Er hat eine Geschichte erzählt, ein Lehrerkollege hätte die Schüler gefragt, wer war der erste Person im Weltall. Da hat ein Freikirchenkind hinten hervorgerufen, Jesus! Und er ging ins Lehrerzimmer in der Pause, wie, das ist ein Freikirchler. Und meine Tochter hat das mitgehört und hat gesagt, Gott, Papi, das gefällt dir. Ja, das gefällt mir, das ist herrlich. Wer Jesus aufgenommen hat, da ist Jesus aber nicht nur einfach im weiten Weltall. Da ist Jesus nicht nur einfach irgendwo im Himmel. Ja, das ist ja auch zum Glück, zum Rechten des Vaters. Wer Jesus aufgenommen hat, da ist Jesus nicht nur in diesem Saal, obwohl das auch schön ist. Stell dir mal vor, Jesus sitzt neben dir. Wow. Aber es ist noch mehr. Wer Jesus aufgenommen hat, in dem ist Jesus drinnen, in Christus. Er in dir und ich in ihm. Seid ihr einverstanden? Wenn jemand Jesus aufgenommen hat, das ist die maximalste Nähe, die wir zu einer Person haben kommen. Wenn eine Person in mir ist. Einige von euch, die sitzen als Ehepartner nebeneinander, ich finde das immer etwas Schönes im Gottesdienst. Das ist auch Ehepflege. Zusammen als Ehepaar Gottes Wort hören. Ich muss immer ein bisschen kämpfen, wenn ich nicht predigt habe, sage ich meiner Frau, lasst einen Platz denn auch noch für mich, wenn ich dann am Schluss noch komme. Zusammen Gottes Wort hören. Aber der nächste und der liebste Mensch, der ist immer im besten Fall neben mir. In mir sein, das ist die maximale Nähe, die es überhaupt gibt. Und das ist ein grosser Trost auch für die Singles, für die Geschiedenen, für die Verwitzeten. Es gibt keine grössere Nähe. Riesentrost. Und da kommt noch dazu, dass Mann und Frau eh verschieden ticken. Auch nach 30 Jahren können Männer das nicht ganz kapieren, wie eine Frau wirklich tickt und umgekehrt. Meine Frau hat mir kürzlich gesagt, Matthias, ich tick doch eben anders. Ich weiss es ja eigentlich. Das ist unergründbar für Männer. Und umgekehrt auch. Aber die grösste Nähe ist, wenn Jesus in mir ist. Und deshalb sagt Jesus aus Johannes 15, Vers 5, Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und das ist keine Theorie. Das ist keine Theorie. Das heisst, wer in mir bleibt und ich in ihm. Das heisst, wenn ich Jesus Raum gebe in meinem Innersten, in meinem Leben. Wenn ich Jesus wohnen lasse. Wenn ich ihn regieren lasse. Das Schöne ist dann, dass wir dann automatisch immer mehr das Bedürfnis bekommen, auch das zu tun, was ihm gefällt. Wenn wir Jesus wohnen lassen, regieren lassen, dann strahlen wir immer mehr auch seine Werte automatisch aus. Mach ein Beispiel. Meine Erwartungen an irgendjemanden sind enttäuscht worden. Das gibt es ja immer wieder. Das tut manchmal weh auch, wenn Gläubige uns enttäuschen. Und wir sind so von unserem Fleisch her geneigt zu sagen, ein bisschen beleidigte Leberwurst zu spielen. Wenn der so ist, kann ich auch so. Und wenn Jesus in mir ist, was passiert dann? Vielleicht falle ich da rein, jetzt spiele ich auch einmal beleidigte Leberwurst. Aber schon bald einmal sagt dieser Jesus in mir. Nein, das ist nicht mein Wert. Und deshalb, wenn wir diesem Jesus Raum lassen, wenn wir ihn regieren lassen, dann strahlen wir automatisch seine Werte aus. Und das ist auch das Ziel dieses Hohe Liedes. Dass die Braut diese Nähe zum König geniessen darf und gleichzeitig immer mehr auch Königin wird. Denn sie ist ja die Braut des Königs. Dass sie immer mehr auch königlich handelt. Dass sie immer mehr auch Trägerin der Werte des Königs wird. Dass sie immer mehr auch in der Autorität des Königs lebt. Nach einem Beispiel, das wir gerade gestern erlebt haben. Ich hatte eine Trauung. An dieser Trauung waren ganz viele Menschen, die noch kaum etwas vom Evangelium gehört haben. Das ist ja immer eine Chance, die man aber taktvoll ausnützen soll, sage ich einmal. Und während der Predigt ist so ein Kind dauernd hin und her gelaufen. Ich habe es gar nicht so gemerkt, aber meine Frau hat es gemerkt. Und das ist manchmal schon so, es lenkt unglaublich ab, vor allem, wenn so die wichtigen Punkte kommen. Und meine Frau hat dann zu mir erst am Abend gesagt, ich habe dann gebetet. Sie hat den Eindruck gehabt, nicht, dass dieses Kind okkult belastet wäre, aber sie hat den Eindruck gehabt, vielleicht braucht der Feind dieses Kind jetzt, um abzulenken vom Wesentlichen. Und hat dann die Autorität im Namen Jesu beansprucht, auch für sich allein. Und hat gebetet, Jesus, all die Kräfte, die jetzt von dir ablenken wollen, dieser Kirche, die sollen gebunden sein. Wisst ihr, was passiert ist? Sie hat mir erst am Abend erzählt, das Kind war auf der Stelle ruhig und leckte nicht mehr ab. Das ist auch unsere Aufgabe, immer mehr. Wir dürfen die Nähe vom König genießen, aber es geht auch darum, dass wir immer mehr auch in diese Rolle einer Königin hineinwachsen. Und das wird hier unterstrichen noch im letzten oder im nächsten Vers, da spricht der König jetzt im Vers 15, sagt er, Wie schön du bist, meine Freundin, wunderschön bist du, deine Augen glänzen wie das Gefieder der Tauben. Das wird dieser Sulamit zugesprochen. Ich weiss nicht, wie die da reagiert hat. Die war ja immer noch scheu. Die hatte ja noch Hemmungen. Die hatte ja Komplexe. Ich bin ja nur ein Hirtenmädchen. Sie sagt vorher noch, ich habe ja verbrannte Haut. Und in den Königshäusern war es üblich, dass man weiße Haut hatte. Die hat man noch gepudert. Ich passe doch nicht zu einem solchen Bräutigam. Und vielleicht geht es dir noch heute so, ich passe doch nicht zu diesem Jesus. Aber das wird dir jetzt zugesprochen. Schön bist du. Und das ist so wichtig, um als Geliebte auch Königin zu werden, um auch königlich zu handeln, immer mehr, auch in unserem Leben, müssen wir wissen, wer wir sind. War für die Sulamit wichtig, dieser Zuspruch. Schön bist du. Das Gleiche gilt auch für uns als Nachfolger von Jesus, damit wir unverkrampft leben können. Damit wir unverkrampft seine Werte ausleben können, müssen wir wissen, wer wir sind in Christus. Müssen wir unsere Identität kennen, und diese ist uns zugesprochen im Evangelium. Manchmal haben wir Christen gerade damit Mühe, aber das ist so ein wichtiger Punkt. Ich möchte abschließend mit zwei Bibelstellen, um das deutlich zu machen. Die erste Bibelstelle aus Matthäus 17, Vers 5. Ich glaube, ich habe die Stelle noch falsch aufgeschrieben, ist nicht 17, aber ist ja egal. Vorne im Matthäus-Evangelium, das war bei der Taufe von Jesus. Wo sich der Himmel geöffnet hat bei Johannes dem Täufer. Und dann hat der Vater deutlich gesprochen vom Himmel und gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Jetzt kann man sagen, ja gut, das wurde Jesus zugesprochen. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn Jesus in mir lebt, dann wird uns noch heute das Gleiche vom Vater zugesprochen. Ich habe Freude an dir. Das gibt Identität. Oder die zweite Stelle, wo es mehr theologisch beschrieben wird, Kolosser 1, Vers 22. In dem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen makellos, schön und befreit von aller Sünde vor ihm da. Und genau so sieht uns der Bräutigam, sieht uns Jesus. Wie es hier schon im Hohelied heisst, wie schön bist du, meine Freundin, wunderschön bist du. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Um als Nachfolger von Jesus unverkrampft zu leben, um seine Werte auszustrahlen, um eben Frucht zu bringen fürs Reich Gottes, wie es Jesus hier sagt, müssen wir unsere Identität in Christus kennen und müssen wir sie auch immer wieder bejahen. Ja, ich bin schön in den Augen von Jesus. Nach innen, aber auch nach außen. Eine Frau aus dem Lobpreisteam, eine Junge, hat mir gesagt, einmal nach der Predigt habe ich kurz mit ihr gesprochen, weisst du Matthias, ich nerve mich jeden Tag, wenn ich in den Spiegel sehe, ob meiner Nase, das ist so ein schräger Zinke. Ich habe dann gesagt, habe ich noch nie entdeckt. Gut, mein Urteil ist nicht wichtig, aber auch nach außen dürfen wir das so annehmen. Wir sind so geschaffen mit dem schräger oder gerade Zinke, in den Augen ist das auch schön von Jesus. Diese Identität, nach außen, aber vor allem auch nach innen, immer wieder auch bejahen und darin bleiben. Und hier hat das Hohelied dem Neuen Testament bereits wunderbar vorgearbeitet. Seid ihr einverstanden? So viel Evangelium in diesem Hohelied. Amen. Ich darf noch mit euch beten, darf ich euch bitten, aufzustehen dazu. Herr Jesus, wenn wir uns mit diesen alttestamentlichen Texten im Hohelied beschäftigen, da kommen wir nicht aus dem Staunen heraus, welche Tiefe deiner Gedanken, deiner Liebe, bereits das Evangelium, du im Hohelied aufleuchten lässt. Ja, wir danken dir, dass du, Vater im Himmel, in Christus, sich über uns freust. Und wir nehmen das einfach an. Und wir danken dir, Jesus, dass wir schön sein dürfen, in deinen Augen rein, weil du uns reingewaschen hast mit deinem Blut. Und hilf uns immer wieder, das auch zu bejahen. Hilf uns immer wieder, dass wir unser Leben aus der Identität von dir her leben. Hilf uns, dass wir unseren Selbstwert nicht in anderen Dingen suchen, wo wir oft so enttäuscht werden. Dass wir das ausstrahlen dürfen, wer du in uns bist. Ich danke dir auch für die Gemeinde hier in Aarau, dass hier ein Licht sein darf. Segne die ganze Gemeinde. Erfreue jede Person, die auch hier ist, immer wieder neu mit deinem Evangelium. Amen. 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 Vielen Dank.